So, als nächstes schauen wir uns dann noch ein Beispiel an, wie wir rechnen, wenn wir den gleitenden, gewogenen Durchschnittspreis benutzen. Und zwar haben wir hier folgendes Beispiel gegeben. Für eine Rohstoffart der Verarbeitungs-AG gelten folgende Daten. Wir haben hier also ein bisschen mehr aufgedröselt. Und haben wir eben einen Anfangsbestand, dann einen Zugang zu einem bestimmten Zeitpunkt, einen bestimmten Abgang, dann nochmal einen Zugang von 400, nochmal einen Abgang von 300, macht am Ende einen Schlussbestand von 300. Und Sie sehen schon, hier wird mit Zwischenbeständen gearbeitet. Und wie das hier genau funktioniert, schauen wir uns gleich an. Grundsätzlich beim gleitenden, gewogenen Durchschnitt werden die Verbrauchsmengen mit einem Durchschnittspreis, der sich auf Lager befindenden Mengen bewertet. Und dieser Durchschnittspreis wird eben unter Einbeziehung der Preise der Zugänge laufend angepasst. Und aus der Addition der bewerteten Abgänge ergibt sich der gesamte bewertete Verbrauch der Abrechnungsperiode. Schauen wir uns das mal Schritt für Schritt an. Wir haben hier einen Anfangsbestand mit einem bestimmten Stückpreis, der in der Buchhaltung steht. Macht insgesamt einen Wert von 24.000 Euro. Dann ist Wasser zugekommen in Höhe von 500 Stück zu einem Preis von 343 Euro jeweils. Das macht einen Wert von 21.500 Euro. Und dann haben wir eben einen Zwischenbestand ausgerechnet von 1.000 Stück. Das sind die beiden Sachen. Und die Frage ist jetzt, mit welchem Preis bewerten wir diesen Zwischenbestand? Und da machen wir nichts anderes, als dass wir hier eben den Wert insgesamt am Ende zusammenrechnen und teilen durch die Stückzahl, die wir im Zwischenbestand haben. Also 45.400 durch 1.000 macht ein Stückpreis von 45,50 Euro. Und mit diesem aktuellen Durchschnittspreis rechnen wir dann eben weiter. Danach haben wir also einen Verbrauch in Höhe von 800. Und die Frage ist, wie bewerten wir den jetzt? Naja, mit diesen 45,50 Euro gibt insgesamt einen Werteverbrauch, Verbrauchswert von 36.400. Dann als nächstes kommt wieder was dazu, zu einem Preis von 46,25 Euro. Macht einen Wert von 18.400. Und dann haben wir den nächsten Zwischenbestand. Und da rechnen wir dann eben hier, ab diesem Zwischenbestand geht so ein Wert ab. So ein Wert kommt dazu, macht insgesamt einen Zwischenbestand von 27.000,600 Euro wertmäßig. Bei den Stückzahlen machen wir es genauso. Haben hier mit 1.000 angefangen als Zwischenbestand. Ziehen 800 ab. 400 dazu macht einen Zwischenbestand von 600. Und dann aktualisieren wir den Durchschnittspreis eben, indem wir den gesamten Wert, den wir jetzt haben, teilen durch die gesamte Stückzahl. Macht einen neuen Durchschnittspreis in Höhe von 46 Euro. Und bei dem nächsten Verbrauch von 300 rechnen wir eben mit diesem Durchschnittspreis. Macht einen bewerteten Verbrauch von 13.800. Und da machen wir das Gleiche. Dann rechnen wir von hier diesen Abgang raus. Macht insgesamt eben einen bewerteten Schlussbestand von 13.800. Und das kriegen wir auch raus, wenn wir einfach den Schlussbestand, der sich ja hier ergibt, bewerten mit den 46 Euro, die wir als Durchschnittspreis hatten. Also ist egal, wie rum wir das machen. So rechnen wir mit dem gleitenden, gewogenen Durchschnittspreis. Die Suzdinger